Ein Kurs in Wundern lehrt uns eine Art von Vergebung, die die menschliche Ebene transzendiert. Vergebung auf der menschlichen Ebene funktioniert auf der menschlichen Ebene. Das Ego versucht, das Ego mit dem Ego zu lösen. Wird nicht klappen. Angst ist nicht der Ausweg aus der Angst. Wir brauchen eine höhere Ebene, eine liebevolle Ebene, um wahrhaft zu vergeben. Hallo, ich bin Ferry Soilu und du bist hier wieder einmal beim Happy Cooler Podcast. Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Und wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit so ein bisschen dein Podcast für deine Reise mit ein Kurs in Wundern. Zumindest findet hier in diesem Podcast genau das immer wieder statt, dass wir uns in der Tiefe mit dem Leben befassen, dadurch, dass wir ein Kurs in Wundern unseren guten Freund dazu holen. Ich freue mich also, dass du hier wieder bist mit mir gemeinsam, damit wir die nächste halbe Stunde oder so für die Tiefe reservieren. Und falls du hier heute das erste Mal dabei bist, dann möchte ich hier uns nochmal ganz kurz daran erinnern, was ein Kurs in Wundern überhaupt ausmacht. Ein Kurs in Wundern ist zuerst einmal ein dickes, blaues Buch. Und diese Quelle zeigt uns auf, dass wir derzeit in unserem dominanten Denksystem einen Angsttraum leben. Dieser Angsttraum, Traum hat eine sehr, sehr große Bewandtnis hier, dieser Angsttraum basiert auf dem Ego. Das Ego redet uns ein, dass wir nur dieser Körper sind und dass wir nur diese fünf Sinne des Körpers haben, um Sinn aus diesem Leben zu machen. Und wenn du nur diese fünf Sinne und das Ego und dein Körper hast, um Sinn aus dem zu generieren, was du Leben nennst, wirkt alles sehr wahllos, chaotisch, leidvoll und völlig in der Angst verloren. Deswegen ein Angsttraum. Und ein Kurs in Wundern sagt, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die absolute Wahrheit, sondern es gibt eine höhere Wahrheit und das ist deine wahre Natur, die beruht auf einer geistigen Ebene. Es gibt eine menschliche Ebene, die niedrigere Ebene, wie ein Kurs in Wundern sie nennt. Und es gibt eine höhere Ebene, diese geistige Ebene. Und diese geistige Ebene ist unsere wahre Natur. Und wenn wir der wieder Platz einräumen, weil die die ganze Zeit für uns da ist, diese geistige Ebene, die das Leben in einer Tiefe für uns erklärt und auf den Prinzipien der Liebe beruht, die ist nicht weg. Die haben wir nur ganz kurz zur Seite getan, mit all den Illusionen dieser menschlichen Ebene überfrachtet, sodass wir sie gerade nicht erreichen. Aber ein Kurs in Wundern ist genau dafür da. Es ist ein Training für deinen Geist, um diese komplett menschliche Sicht abzulegen und die Illusionen, die mit ihr einhergehen und diese geistige Sicht, diese höhere Ebene wieder zuzulassen, die die ganze Zeit in dir als Potenzial schon da ist. Nur wir haben diese große Aufgabe und das ist unsere wahre Aufgabe, unser wahrer Job, diese Illusionen der menschlichen Ebene abzulegen, um unserer geistigen, unserer höheren Ebene wieder Platz zu machen und aus der höheren, liebevollen Perspektive dein Leben zu leben. Und dann ist Frieden vorprogrammiert und wir leben einen glücklichen Traum. Es ist weiterhin ein Traum, weil wir müssen von dem Angsttraum zum glücklichen Traum finden, damit wir uns präparieren, den Nährboden schaffen, um wieder in der Erkenntnis zu Hause zu sein, da wo unsere wahre Natur die ganze Zeit verweilt, während wir hier herumtanzen in dieser menschlichen Erfahrung. Und genau, das lehrt uns ein Kurs in Wundern. Aber die Erkenntnis, dort wo wir hin zurück wollen, kann nicht gelehrt werden, die kann nur erfahren werden. Deshalb ist der Kurs eine Methode, die auf dieser menschlichen Ebene ihre Wirkung entfalten kann. Aber auf dieser höheren Ebene, wo wir in Wahrheit zu Hause sind, da brauchen wir keine Methoden, da ist alles klar. So, das kurz zu einem Kurs in Wundern, damit wir hier gemeinsam loslegen können mit dem Kurs. Und heute in der Folge 243 möchte ich über die Vergebung sprechen und über die Wiedergeburt und kurz auch über Venus im Rücklauf. Ich weiß, es wirkt so, als wenn diese Themen gar nicht miteinander zusammenpassen, aber ich werde mein Bestes geben, um Licht ins Dunkel zu bringen. Aber bevor wir in diese Folge eintauchen, habe ich noch ein paar Ansagen für dich und ich danke dir jetzt schon für die Zeit, die du mir dafür schenkst. Wenn dir der Happy Cool Love Podcast gefällt, wenn du Nutzen aus dem Inhalt ziehen kannst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bei Apple Podcasts oder aber auch bei Spotify Likes bewertest oder teilst. Denn je mehr Likes, je mehr Bewertungen, je mehr dieser Podcast geteilt wird, desto eher finden auch andere Menschen diesen Podcast, was mich sehr freuen würde. Und falls du Lust hast, mich in der Produktion vom Happy Cool Love Podcast zu unterstützen, dann komm doch auf meiner Webseite vorbei unter www.happycoollove.de slash podcast gibt es den Unterpunkt Support und dort findest du alles darüber heraus, wie du mich in der Produktion unterstützt. Und wenn du schon auf der Webseite bist, dann schau dich doch gern um, unter dem Unterpunkt Coaching findest du alles darüber heraus, wie ich coache. Ich basiere meine Coachings auf den Prinzipien von deinem Kurs im Wundern. Wir nutzen diese Prinzipien, wir nutzen dieses Werk, um dich zu klären, um deine Egomuster zu erkennen und zu üben, wie du diese ablegst, um sie mit Liebe zu ersetzen. Dafür brauchen wir immer wieder sehr viel Disziplin und Übung, aber ich glaube, das Potenzial hat jeder. Es ist die Frage, wollen wir loslegen? Jetzt ist eigentlich immer der Moment, wo ich Wunderwerk ankündige. Hier passt schon mal Venus im Rücklauf, weil, falls du nicht das erste Mal hier bist, dann wirst du wahrscheinlich auch bemerkt haben, dass ich auch immer mal wieder so astrologische Aspekte hier im Happy Cool Love Podcast erwähne. Das passiert zwar nicht häufig, weil ich einfach auch nicht ein Astrologie-Podcast bin, aber ich interessiere mich halt sehr für Astrologie. Ich finde, Astrologie hat eine Bewandtnis, sie ist sehr alt und da steckt eine Art von Logik und System hinter den Bewegungen und Transiten der Planeten und der Sterne und der Zeit und dem Ort, wo wir geboren sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine riesen Bewandtnis hat und uns auch helfen kann in unserer Erklärung, warum wir hier sind, wie unser Fokus in diesem Leben sein soll. Aber das ist natürlich auch alles Geschmackssache. Manche Menschen finden das total unsinnig. Ich finde es komplett sinnig. Es hilft mir immer wieder, sehr viel zu verstehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Venus befindet sich gerade im Rücklauf. Der Planet Venus steht für unsere Beziehung, für unser Geld, für die Liebe und der befindet sich im Rücklauf. Scheinbar, ein Planet läuft niemals rückwärts, aber es ist eine bestimmte Bewandtnis, wenn ein Planet scheinbar rückwärts ist. Es läuft, dass wir bestimmte Themen, für die dieser Planet steht, nochmal durchdenken dürfen. Wir gehen damit in die Tiefe. Wir dürfen nochmal einen Rückblick machen und re-evaluieren, was diese Themen in unserem Leben, wie weit wir gekommen sind mit der Liebe, mit den Beziehungen, mit dem Geld. Und viele Dinge, die wir gestartet haben, sei es eine Beziehung und eine Beziehung kann auch eine geschäftliche Beziehung sein oder ein Projekt. Und was Venus im Rücklauf uns immer wieder aufzeigt, ist, dass wir solche Dinge nochmal besuchen, um dort nochmal hinzusehen in der Tiefe und zu schauen, passt das hier noch für mich, passt dieses Projekt hier noch für mich, passt die Beziehung hier für mich? Ist meine Beziehung zu Geld immer noch die richtige? Muss ich da was verändern? Muss ich da vielleicht sogar mich von etwas verabschieden? Und in diesem Sinne haben Thorsten und ich uns tatsächlich zu einer astrologisch sehr interessanten Zeit dazu entschlossen, Wunderwerk abzugeben. Wunderwerk findet also jetzt nicht mehr mit Thorsten und mir auf Clubhouse statt, sondern wir haben es in ganz liebe Hände gegeben. Und es findet immer noch statt mit Julian und Leopold und die beiden übernehmen tatsächlich nahtlos an diesem Mittwoch um 21 Uhr und lesen weiter im Textbuch von Ein Kurs in Wundern, wofür ich sehr dankbar bin. Ich wünsche den beiden ganz viel Freude mit dem Raum und bin dankbar für meine Reise mit Wunderwerk und mit Thorsten. Aber wir haben gemerkt, dass die Reise nun ein Ende gefunden hat und ich glaube, es hat eine Bewandtnis, warum das im Venusrücklauf passiert ist. Jetzt kommen wir zur Vergebung und der Wiedergeburt. Warum ich diese beiden Worte miteinander verknüpfe, ist, weil uns ein Kurs in Wundern immer und immer wieder aufzeigt, dass die Vergebung unsere einzige Funktion ist, die wir hier auf der Erde haben. Unsere wahrliche Funktion. Natürlich haben wir Aufgaben, Tätigkeiten und verschiedene Rollen als Mensch. Aber die Quintessenz unserer Existenz hier als Mensch ist zu vergeben. Und immer wieder, wenn wir vergeben, werden wir neu geboren. Und genau dahin gehen wir heute. Wie werden wir neu geboren? Was bedeutet das eigentlich, neu geboren zu werden? Was heißt Wiedergeburt eigentlich im Zusammenhang mit deinem Kurs in Wundern? Also, ich hoffe, du bleibst dran. Ich hoffe, es wird spannend für dich. Wir legen mal los. Und wir legen los mit einem Satz aus dem Textbuch von deinem Kurs in Wundern, wo uns ganz klar wird, welche Situationen uns am ehesten dienlich sind zu vergeben. Ich lese uns den mal vor. Unsere Funktion ist es, zusammenzuarbeiten, weil wir getrennt voneinander überhaupt nicht funktionieren können. Daran erinnert uns das Textbuch. Aber was heißt das für uns? Wir müssen zusammenarbeiten, weil wir getrennt voneinander gar nicht funktionieren können. Das heißt für mich auch, dass Zusammenarbeit nicht nur heißt, dass wir etwas viel Schöneres schaffen, als wenn wir alleine sind und in der Trennung sind, weil Trennung steht ja immer fürs Ego. In der Verbundenheit spiegeln wir unsere Einheit auch auf der menschlichen Ebene. Wie im Großen, so im Kleinen. Auf dieser menschlichen Ebene, wenn sich zwei Menschen, scheinbar Menschen, eigentlich ja Seelen oder Geister, verbunden fühlen, spiegeln sie unsere wahre Natur wieder und sind so viel, viel mächtiger, als wenn sie allein durch die Welt gehen. Aber wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen, mit denen wir in diesem Leben auch verabredet sind, gibt es auch, wie ein Kurs in Wundern uns lehrt, ganz viele Möglichkeiten, um zu vergeben. Weil wo merken wir denn am ehesten, dass unsere Toleranz wieder aufhört und unsere Intoleranz beginnt in der Interaktion mit anderen? Da merken wir doch immer, der geht mir so richtig gegen Strich, weil er auf eine Art und Weise redet, die ich überhaupt nicht abkann. Oder meine Freundin ist komplett nervig, weil sie die Zahnpastatube nicht dorthin tut, wo ich sie gern hätte. Wir haben die wahnwitzigsten Gründe, um jemandem wieder mit Intoleranz zu begegnen, wo unsere Liebe dann wieder aufhört. Ich meine, wir denken immer, wir sind liebevoll, aber hinterfrag dich, sei achtsam, sei vor allem ehrlich mit dir. Wo fängt deine Intoleranz mit sogar den Menschen an, die du liebst? Meistens sind es ja sogar eher diese Menschen, die wir lieben, die uns viel schneller an die Decke bringen als jemand Außenstehendes. Wo beginnt deine Intoleranz mit deinem Partner, mit deiner Frau, mit deiner Freundin, mit deinem Hund, mit ich weiß nicht, mit wem auch immer du als Seelenverwandten verstehst. Und wo hört deine Liebe auf? Und das ist deine wahre Aufgabe. Und wenn du dort Vergebung übst, wenn du verstehst, dass es eine andere Ebene zu diesen Erlebnissen gibt, außer nur diese offensichtlich menschliche, dann machst du deinen wahren Job. Vergiss mal, dass du einen Beruf hast, weil auch dieser Beruf ist nur eine Entschuldigung dafür, dass du deinen wahren Job machst. Und falls du aktuell auch gerade bemerkst, dass Beziehungsthemen vor allem oben bei dir aufliegen und du viel hinterfragst und es muss nicht nur ein nachdenkliches Hinterfragen sein, es kann auch ein sehr dankbares Hinterfragen sein, weil du in dieser Zeit auch merkst, ich bin gewachsen, meine Beziehung ist gewachsen, ich habe eine ganz andere Beziehung als zu Beginn. Und dafür kannst du auch ganz viel Dankbarkeit empfinden. Auch das passiert im Venusrücklauf. Das heißt nicht, dass du nur hinterfragst und sagst, okay, ich merke, unser gemeinsamer Weg ist zu Ende und wir müssen uns voneinander trennen, sondern es kann auch was Gegenteiliges sein, dass du noch mehr deine Beziehung bejahst, weil du sie dir in dieser Tiefe anguckst. Oder aber auch dankbar bist, dass du alte Beziehungsmuster, Egomuster in Beziehung abgelegt hast und genau diese Erinnerung gerade bei dir hochploppen, dass du merkst, oh okay, früher in dieser Situation, als das passiert ist, hat mein Ego so lang auf mich eingeredet, bis ich reagiert habe. Das muss ich gar nicht mehr. Auch das kann Venus im Rücklauf mit sich bringen. Es geht einfach darum, dass wir in der Tiefe nochmal schauen und dass vergangene Dinge nochmal hochkommen, damit wir re-evaluieren. Und wie gesagt, du kannst damit arbeiten, um dich zu klären. Auch Astrologie kann ein Weg zurück nach Hause sein. Oder du kannst sagen, nee, das ist nicht mein Weg. Ich bleibe bei einem Kurs in Wundern. Ich liebe den roten Faden, der sich durch all diese Quellen hindurchzieht. Venus im Rücklauf bedeutet derzeit bis zum 3. September, dass uns so einige Beziehungen noch zum Hinsehen bewegen könnten und wir könnten alte Egomuster, alte Ego-Beziehungsmuster nochmal ansehen, um Vergebung zu üben. Ist doch eigentlich ziemlich klasse, solche astrologischen Momente. Es ist aber total egal, ob du Astrologie nun hilfreich findest oder eher denkst, ist gar nichts für mich, danke Peri, aber danke, nein. Wir brauchen ein Gegenüber. Wir brauchen unsere Beziehung. Und Venus im Rücklauf ist wirklich ein Fokus auf die Beziehung. Aber wir brauchen unser Gegenüber, um zu verstehen, wo unsere Toleranz wieder in Intoleranz umschwingt und wo wir wieder eine Chance haben, anstelle zu urteilen, zu vergeben. Ich hatte ja gesagt, dass wir wirklich die wahren, witzigsten Gründe haben, um intolerant zu werden, vor allem mit den Menschen, die wir lieben. Die Zahnpastatube ist nicht zugeschraubt, der Küchenschrank ist nicht zugemacht, er trägt die falschen Schuhe. Ich weiß es nicht. Wir haben wirklich wahnsinnige Gründe, um jemanden irgendwie, den wir vermeintlich lieben, irgendwie doch zu kritisieren. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass ein Kurs in Wundern uns auch lehrt, dass es ein sehr beliebter Ego-Mechanismus ist, jemand anderem die Verantwortung für unser Glück zu geben. Im Grunde genommen sagen wir auf einer höheren Ebene, du funktionierst nicht so, wie ich es gern hätte. Wer bin ich denn überhaupt, um die Gesetze zu machen? Bin ich da wirklich noch in meinem Aufgabenspektrum, wenn ich denke, ich mache die Gesetze der Welt? Oder ist das nicht Gottes Aufgabe? Kurze Zwischenfrage. Dürfen wir uns immer wieder fragen. Wenn wir denken, jemand funktioniert nicht, wie ich es gern hätte, die Welt tickt nicht, wie ich es gern hätte, hinterfrag dich gerade, bin ich hier nicht aus meinem Aufgabenspektrum raus? Weil eigentlich, wenn ich einen Kurs in Wundern richtig verstehe und diesem Werk vertraue, was ich tue, ist das Gottes Aufgabe und Gott ist die höchste Intelligenz, die es gibt, die wird schon alles im Griff haben, auch wenn ich in meinem kleinen Ich als Peri denke, hier läuft was schief. Läuft hier wirklich was schief? Oder gibt es auf einer höheren Ebene eine andere Sichtweise auf diese Dinge? Also, wenn wir denken, wir können die Welt kontrollieren und damit auch unseren Partner oder unsere Partnerin, die etwas tut oder er etwas tut, was uns nicht gefällt, dann sagt das Ego immer, ich kann nicht glücklich sein, weil du tickst nicht so, wie ich es gern hätte. Wir geben die Macht, unser Glück zu kontrollieren, an eine andere Person. Wir machen eine andere Person zu unserem Gott und sie versagt, also sind wir enttäuscht oder auch noch andere Gefühle. Aber zum Glück haben wir ja den Kurs und der Kurs berichtigt unsere ursprüngliche, unsere menschliche Idee von Ursache und Wirkung. Das Außen hat Wirkung auf mich, also muss ich unglücklich sein, bis das Außen sich ändert. Und der Kurs sagt, Ursache und Wirkung haben wir auf den Kopf gestellt. Wir sind die Ursache. Das Außen, dein Partner, der die Zahnpastatube nicht zumachen kann, ist die Wirkung. Du verursachst diese Situation mit, um, ja, alle Situationen sind dafür da, damit du Vergebung übst, um zu vergeben. Richtig. Offensichtlich geht es um eine nicht geschlossene Zahnpastatube. Ganz unoffensichtlich geht es um die Vergebung. Und dann gibt es ja auch noch die Lektion 198, die uns daran erinnert, dass nur unsere eigenen Gedanken die Macht haben, uns zu verletzen. Wenn ich denke, dass ein anderer Mensch die Macht hat, mein Glück mir zu entziehen, verletze ich mich selbst mit diesem Gedanken. So mächtig ist mein Geist. Die Lektion 198 trägt übrigens den Titel Nur meine Verurteilung verletzt mich. Und da kannst du noch mal hin, das nächste Mal, wenn du denkst, dass du nicht glücklich sein kannst, weil dein Beziehungspartner nicht so ist, wie du es gern hättest. Wenn du dann noch mal tief durchatmest, bist du vielleicht dankbar, dass das eigentlich im Grunde genommen in der Quintessenz dir tausend Möglichkeiten bietet, um zu vergeben und so dein Licht mehr zum Vorschein zu bringen. Und wo ich gerade von Licht spreche, das Licht, welches wir in Wahrheit sind, ist in unserem Körper gefangen. Wir halten es gefangen, indem wir Recht haben wollen, anstelle glücklich zu sein, anstelle zu sagen, vielleicht gibt es eine andere Art, wie ich das hier betrachten kann, ich möchte vergeben, dann wird das hier verschwinden. Aber solange wir nicht lernen, Verurteilung zu unterlassen und zu vergeben, wird unser Licht nicht freigesetzt werden. Ganz einfach. Es ist gar nicht so schwer. Diese Gleichung ist tatsächlich denkbar einfach. Die Frage ist, wie sehr wollen wir am Rechthaben festhalten? Wie sehr wollen wir am Ego festhalten? Und sagen, nein, ich weiß, was die wahre Lösung hier ist. Ich weiß, dass wenn diese Person anders ist, mein Glück komplett ist. Und somit haben wir unser Glück übrigens auch immer in irgendeine ferne Zukunft getan. Und hier, in diesem jetzigen Moment, wo Entscheidungen fällen, die deine Zukunft beeinflussen, übrigens fällen wir meistens oft genug noch die Entscheidung für das Ego, fürs Rechthaben. Und damit kann sich unsere Zukunft nicht verändern. Es ist unmöglich. Deine Zukunft findet hier statt, indem du hier eine andere Entscheidung als deine übliche Entscheidung triffst. Also, wir setzen Licht in unserem Körper frei, indem wir vergeben. Richard Rudd, der Gründer der Gene Keys, gibt uns sogar noch einen richtig, richtig guten Hinweis zum Thema Licht. Er sagt, dass das Licht sich in unserer DNA befindet. Ich finde das so mega spannend. Sie ist in unserer DNA. Und dadurch, dass wir vergeben und liebevolle Gedanken haben und liebevolle Entscheidungen treffen, wir eine Mutation in unserer DNA hervorrufen, die einen neuen, bewussten Menschen als Ergebnis hat. Es ist eigentlich gar nichts Neues, wenn wir die Geschichte angucken. Wir haben uns ja als Mensch, als Spezies Mensch immer weiterentwickelt. Wir sind jetzt beim Homo Sapiens und Richard Rudd sagt, unsere nächste Entwicklungsstufe wird der Homo Sanctus sein. Mega spannend. Eigentlich ist es die Geschichte der Evolution. Wir werden uns weiterentwickeln müssen, weil wir sind nicht der Meister der Naturgesetze, der Gesetze, die Gott gemacht hat. Und wenn wir die beobachten, dann haben wir eigentlich all dies gar nicht persönlich zu nehmen. Wir entwickeln uns weiter. Dieser Homo Sapiens ist nicht unsere Endstufe. Und damit eine neue Bewusstseinsstufe, eine höhere Form des Menschen entstehen kann, muss ja irgendetwas in uns mutieren. Also finde ich diesen Hinweis von Richard Rudd so völlig genial. Und ich finde auch diese Erinnerung, auch von Richard Rudd daran, dass wir vergeben müssen, dass wir Liebe wählen müssen, wenn jemand lieblos ist, damit wir diese Mutation überhaupt begünstigen können. Wirklich, da sieht man wieder, wie verschiedene Sichtweisen auf die Wahrheit, auf die Quintessenz unseres Daseins wirklich Hand in Hand gehen. Denn so schließt sich der Kreis wieder und wir kommen zurück zur Vergebung. Also wir brauchen die Vergebung für die Mutation in unserer DNA. Und während wir wieder dieses Thema Vergebung aufgreifen, erinnere ich mich gerade daran, dass im Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern wir im zweiten Teil angekommen sind vom Übungsbuch. Nochmal zur Erinnerung, Ein Kurs in Wundern besteht aus dem Textbuch, aus dem Übungsbuch und aus dem Handbuch für Lehrer. Und das Übungsbuch besteht aus 365 Lektionen für jeden Tag des Jahres eine Lektion. Und wenn du am 1. Januar mit Lektion 1 begonnen hast, dann sind wir jetzt endlich im Teil 2 des Übungsbuches angekommen. Und im Teil 2 wirst du merken, dass die Übungen doch wirklich sich anders anfühlen als im ersten Teil, weil der zweite Teil uns so ein bisschen mehr gern Meditation und Stille ausrichten will. Und die Worte sind jetzt zweitrangig. Es geht nicht um die Worte, sondern es geht immer um diese Einladung, diese innere Stille aufzusuchen, um die Verbindung mit Gott, der bedingungslosen Liebe, die uns erschaffen hat, zu erinnern und dadurch in deine volle Macht zu kommen. Und in diesem zweiten Teil gibt es deshalb nicht mehr so viele Worte, aber es gibt dennoch immer regelmäßig für uns ein Thema von einer besonderen Bedeutung mit Anweisung für uns, die wir mit in unsere Meditation nehmen können. Und übrigens, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, wie der erste Teil aufgehört hat mit der Erinnerung, dass wir kein Körper sind, sondern frei. Und nur in dieser Stille, in dieser Tiefe können wir wirklich erkennen und erfahren, was es heißt, kein Körper zu sein, sondern frei. Das ist einfach so genial aufgebaut. Aber hier, ich komme mal wieder zurück zum zweiten Teil und wie die Lektionen aufgebaut sind beziehungsweise wie die Lektionen sehr kurz gehalten sind. Aber wir kriegen immer ein Thema von einer besonderen Bedeutung mit Anweisungen, die wir vor der Lektion, vor der täglichen Lektion lesen dürfen. Und wir, lange Rede, kurzer Sinn, sind derzeit in der Anweisung, was ist Vergebung? Und dort gehen wir nochmal gemeinsam hin und lesen gleich. Dieses Thema Vergebung, das ist ja das zentrale Thema in ein Kurs in Wundern. Es war ja auch das zentrale Thema von Jesus. Und es hat ja auch eine Bewandtnis, warum Helen Schuckmann sagt, dass Jesus ihr dieses Werk eindiktiert hat. Daran kannst du glauben, musst du nicht glauben. Im Grunde genommen geht es nur darum, wenn du dieses Werk aufschlägst, wenn du diese Prinzipien liest, wenn du das Textbuch liest, resoniert da irgendetwas mit dir? Fühlst du in deinem Herzen etwas wie, ich kann das nicht beweisen, aber ich weiß, dass das wahr ist. Ich weiß, dass da was ganz Besonderes für mich drin ist, das ich zu verstehen habe. Und deshalb lese ich mal weiter. Also es ist eigentlich zweitrangig, ob du daran glaubst. Die Frage ist, mach dieses Werk was mit dir. Bewegt dich der Inhalt dieses Werkes auf eine Art und Weise, wie du das vorher noch nie erfahren hast, dann glaube ich, ist in diesem Werk was für dich drin. Und dann solltest du die Reise fortführen. Aber wirklich, wenn du denkst, okay, ich kann nicht so ganz abschließend sagen, ob ich glaube, dass Jesus, Helen Schuckmann, dieses Werk eindiktiert hat, dann ist das vollkommen okay. Dann bist du halt dort. Also, die Vergebung. Zentrales Thema von ein Kuss in Wundern. Und ich weiß, dass es immer wieder uns auch vor eine Herausforderung stellt. Natürlich verstehen wir, wenn in dem Abschnitt, was ist Vergebung steht, die Vergebung nimmt wahr, dass das, wovon du dachtest, dein Bruder habe es dir angetan, nicht geschehen ist, ist das vollkommen im Verständnis klar. Okay, Vergebung bedeutet, das, was ich dachte, was offensichtlich passiert ist zwischen mir und einer anderen Person auf dieser menschlichen Ebene, ist in Wahrheit gar nicht passiert. Okay, verstanden. Aber was heißt das denn nun? Wie vergebe ich denn richtig? Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wir verstehen, wie Vergebung funktioniert. Wir verstehen, die Vergebung in einem Kurs in Wundern, wie sie uns einen Kurs in Wundern näher bringt, ist dezidiert anders, als uns die Welt bis dato näher gebracht hat. Vergebung auf der menschlichen Ebene funktioniert anders und ist keine wahre Vergebung. Ein Kurs in Wundern lehrt uns eine Art von Vergebung, die die menschliche Ebene transzendiert. Vergebung auf der menschlichen Ebene funktioniert auf der menschlichen Ebene. Das Ego versucht, das Ego mit dem Ego zu lösen. Wird nicht klappen. Angst ist nicht der Ausweg aus der Angst. Wir brauchen eine höhere Ebene, eine liebevolle Ebene, um wahrhaft zu vergeben. Aber wie tun wir das? Wann genau wissen wir, dass wir vergeben haben? Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, weil Vergebung in der Art und Weise, wie wir sie manchmal erklärt wollen haben, gar nicht erklärt werden kann. Weil in der Art und Weise, wie Vergebung dieser höheren Ebene erklärt werden kann, tut es der Kurs schon. Und dann wird es deine Erfahrung. Weil du durch liebevolle Gedanken, durch gütig sein, durch immer wieder eine andere Perspektive wählen als die menschliche Ego-Perspektive, du dein System, dein Sein dazu präparierst, Vergebung zu erfahren. Und du wirst, ich garantiere dir das, wenn du diese höhere Vergebung bewerkstelligst, dann wird das nicht an dir vorbeigehen. Dann musst du gar nicht mehr fragen, wie vergibt man. Dann weißt du es, aber es ist nichts, was du in Worte fassen kannst. Und das, was in Worte zu fassen ist, das gibt uns der Kurs ja schon. Ich glaube, wenn wir das erste Mal über die Vergebung stolpern, so wie ein Kurs im Wundern sie uns lehrt, dass wir versuchen, es wieder mit dem Verstand zu erfassen, in der Komfortzone zu bleiben. Aber diese Art von Vergebung passiert außerhalb unserer Komfortzone. Und deshalb ist sie erst mal nicht greifbar. Aber ich garantiere dir, wenn du dran bleibst, wenn du immer wieder weißt, okay, ich verstehe noch nicht ganz wie, aber ich glaube daran, dass es eine andere Ebene gibt. Und ich habe ja Hilfe von meinem inneren Lehrer, von dem Heiligen Geist. Ich muss das doch gar nicht alleine bewerkstelligen. Es ist ja nicht so, dass du dir den Kopf zerbrechen musst und dann verstehst du es, sondern du holst eine höhere Ebene dazu und lässt eher frei und klammerst nicht mehr, sondern sagst, zeig mir auf. Ich möchte dem Weg folgen, den du mir aufzeigst, um Vergebung zu erfahren. Ich möchte es erfahren. Zeig mir, wie es funktioniert. Und dafür brauchen wir natürlich immer wieder Vertrauen und vor allem diese Hingabe. Und wir müssen uns etwas hingeben, was wir nicht wirklich erfassen können gerade. Und das fordert auch Mut, diesem nicht erklärbaren, nicht erklärbaren, nicht erfassbaren, zumindest mit dem Verstand, zu folgen. Ich lese uns jetzt nochmal ein bisschen aus dem Abschnitt, was ist Vergebung, vor. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit. Okay. Den ersten Satz hatten wir ja schon, aber ich wiederhole ihn gern. Die Vergebung nimmt wahr, dass das, wovon du dachtest, dein Bruder habe es dir angetan, nicht geschehen ist. Sie verzeiht keine Sünden und macht sie nicht wirklich. Man merkt ja immer wieder, wir sind auf zwei verschiedenen Ebenen. Die rein menschliche Wahrnehmung, diese Wahrnehmung, die uns das dominante Denksystem gelehrt hat, sagt, Vergebung funktioniert, indem ich jemandem, der etwas aus meiner Sicht Schreckliches getan hat, eine Sünde verzeihe. Aber in dem Moment, wo ich jemandem eine Sünde verzeihe, sage ich ja, dass die Sünde existiert und damit verstärke ich die Sünde. Damit verstärke ich die Illusion, dass es Sünde gibt und verstärke das Ego-Denksystem, anstelle es aufzulösen, indem ich sage, Sünde gibt es nicht. Ja, auf menschlicher Ebene passieren Dinge, aber das ist nicht die absolute Wahrheit. Ich lese mal weiter. Sie sieht, dass es keine Sünde gab und in dieser Sicht sind alle deine Sünden dir vergeben. Was ist Sünde? Aus einer falschen Idee über Gottes Sohn. Die Vergebung sieht einfach ihre Falschheit und lässt sie deshalb los. Was dann frei ist, ihren Platz einzunehmen, das ist der Wille Gottes. Ein unversöhnlicher Gedanke ist ein Gedanke, der ein Urteil fällt, das er nicht in Zweifel zieht, auch wenn es nicht wahr ist. Der Geist ist verschlossen und wird nicht befreit. Der Gedanke schützt die Projektion, zieht ihre Ketten enger an, sodass die Verzerrung verhüllter und verschleierter sind, dem Zweifel unzugänglicher und von der Vernunft noch weiter fern gehalten. Was kann sich zwischen eine starre Projektion und ihr Ziel stellen, dass sie sich zu ihrem Wunschziel wählte? Und hier bemerken wir auch, dass wir entscheiden, wenn ich wünsche, Recht zu haben, damit, dass ein Bruder, also jede andere Seele, die ja auch eine menschliche Erfahrung macht und im Geiste eigentlich mit mir verbunden ist, was ich aber jetzt ignoriere, weil ich mich getrennt von ihm sehe, während ich ihn verurteile. Wenn ich das Schlechte in einem Bruder sehen will, dann wird mein Ego das als Auftrag verstehen, um das Schlechte in meinem Bruder zu sehen. Gib deinem Ego den Auftrag, das Schlechte in der Menschheit zu sehen und du wirst damit Erfolg haben. Gib dir den Auftrag, die Liebe in den anderen zu sehen und du wirst damit Erfolg haben. Ich lese mal noch ein Stück weiter. Ein unversöhnlicher Gedanke tut vieles. In fieberhafter Aktion verfolgt er sein Ziel, wobei er das verdreht und umstößt, was er als Behinderung seines auserwählten Weges sieht. Das ist es nämlich. Wenn ein Ego recht haben will damit, dass jemand abscheulich ist, dann wird dein Ego alles dafür tun, um diese Wahrheit, diese Ego-Wahrheit, diese Ego-Illusion aufrecht zu erhalten und Beweise dafür zu finden. Alles, weil ein Ego ist mega schlau. Das Ego ist genauso schlau wie du, weil es ist deine eigene Intelligenz, die du gegen dich nutzt. Ich lese noch mal ein bisschen. Verzerrung ist sein Zweck und ebenso das Mittel, wodurch er ihn erreichen möchte. Er unternimmt seine wütenden Versuche, die Wirklichkeit zu zerschlagen, ohne sich um irgendetwas zu kümmern, was ein Widerspruch zu seinem Standpunkt darzulegen schiene. Und jetzt, in diesem Abschnitt, lernen wir zumindest das, was lernbar ist über die Vergebung. Die Vergebung ihrerseits ist still und tut ganz ruhig gar nichts. Sie kränkt keinen Aspekt der Wirklichkeit, versucht auch nicht, sie zu Erscheinung, die ihr gefallen, zu verdrehen. Sie schaut nur und wartet und urteilt nicht. Derjenige, der nicht vergeben will, muss urteilen, denn er muss, sein Versagen zu vergeben, rechtfertigen. Der aber, der sich selbst, der sich selbst, der sich selbst vergeben möchte, die Wahrheit genauso willkommen zu heißen, wie sie ist. Tu also nichts und lass dir von der Vergebung zeigen, was du tun sollst durch ihn, der dein Führer, dein Erlöser und Beschützer ist. Das hier ist jetzt der Heilige Geist. Durch ihn, der Heilige Geist. Also dein innerer Lehrer, der dich führen kann, damit du Illusionen von Wahrheit unterscheiden lernst, wenn du es so willst. Ich lese nochmal ein Stückchen weiter. Stark in der Hoffnung und deines letztendlichen Erfolgs gewiss, er hat dir schon vergeben, denn dies ist seine Funktion, die ihm von Gott gegeben ist. Seine Funktion musst du jetzt mit ihm teilen und dem vergeben, den er erlöst hat, dessen Sündenlosigkeit er sieht und den er als Sohn Gottes ehrt. Das lernen wir hier auch noch, außer dass wir tatsächlich gar nichts tun müssen, sondern uns von der Vergebung aufzeigen, mithilfe unseres Lehrers, was zu tun ist. Wir lernen, dass wir im Grunde genommen immer nur uns selbst vergeben, weil was zu vergeben ist, ist ja Projektion und die Projektion startet ja in uns. Die Vergebung antwortet also auf Lieblosigkeit, die eine Illusion ist, mit Liebe. und der Kurs lehrt uns ja, dass wenn dein Bruder etwas tut, das lieblos ist, es ein Ruf nach Liebe ist und unsere rechtgesinnte Antwort Liebe ist und wenn er was Liebevolles tut, ist es ja völlig klar und einfach für uns, dass wir auch dort liebevoll antworten, aber dann, wenn ein Bruder, jede andere Seele, die in einer menschlichen Hülle steckt, sich kurz mit seiner Ego-Version verwechselt und in dem Bewusstsein des Egos ist und alles persönlich nimmt und auf einmal angreift, du weißt auf einer höheren Ebene, sagt er eigentlich, hey lieb mich, ich bin gerade gefangen, befreie mich dadurch, dass du mich hier bitte liebst, lieb mich, sonst sind wir beide gefangen. Das ist, was er dir in Wahrheit sagt und ich gebe zu, ich gebe zu, dass es in dem Moment, wo er dich angreift, bestimmt eine große Aufgabe ist, das aus seinem Angriff zu hören. Also ich will jetzt nochmal, bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, das Thema Wiedergeburt aufgreifen, weil, wenn du dich erinnerst, wollten wir über drei Sachen sprechen hier, nämlich über die Vergebung, über die Wiedergeburt und Venus im Rücklauf. Venus im Rücklauf haben wir, glaube ich, zu Genüge besprochen, die Vergebung nun auch und jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Thema der Wiedergeburt, weil ich habe in den letzten zwei Folgen ja schon erwähnt, wie wichtig es mir ist, dass ich mich auch mit anderen Quellen außer dem Kurs beschäftige, um mich zu klären, um nach innen zu gehen, um diese Reise zurück nach Hause anzutreten und eine meiner Lieblingsquellen in der letzten Zeit und ich glaube, das wird dir jetzt auch nicht ganz entgangen sein, ist Gene Keys geworden, also die Gen-Schlüssel. Deshalb habe ich mich vor einigen Monaten tatsächlich auch dazu entschlossen, eine Weiterbildung zum Gene Keys Guide zu machen, wo ich lerne, mit anderen Menschen ihre Gen-Schlüssel-Profile zu ergründen und ich habe riesen Freude daran. Es ist ja auch immer, wenn du solche Weiterbildungen machst, eine Selbstklärung. Du hast so eine gute Chance, noch mal ganz, ganz tief nach innen zu gehen und wirklich Licht zu leuchten in die dunkelsten Ecken, wo sich vielleicht noch ein Fetzen deines Ego befindet und ich glaube eh, dass das eine Lebensaufgabe ist. Immer dann, wenn wir denken, wir haben kein Ego mehr, würde ich dich liebevoll dazu auffordern, noch mal ganz ehrlich hinzugucken. Also lese ich jetzt nicht nur täglich im Kurs und mache meine morgendlichen Meditation, sondern ich lese auch täglich in den Materialien von den Genschlüsseln und falls du dich jetzt fragst, was sind die Ginkis, was sind die Genschlüssel eigentlich? Im Grunde genommen sind die Genschlüssel oder dieses System der Genschlüssel eine Art modernes I Ching und das I Ching ist ja eine ganz, ganz, ganz alte, ich glaube 5000 Jahre alte Quelle aus China und es wird ja auch das Buch der Wandlungen genannt und es basiert auf 64 verschiedenen Hexagrammen. Jedes dieser Hexagramme hat eine bestimmte Energie, einen bestimmten Archetypen und eine bestimmte Nachricht. Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf das I Ching eingehen oder zu sehr auf die Genschlüssel, weil ich glaube, wir haben auch schon lang genug für diese Folge in Anspruch genommen. Deshalb hier noch ganz kurz die Genschlüssel haben das I Ching genommen und es zu einem individuellen interaktiven Profilsystem weiterentwickelt und dadurch, dass du mithilfe der Genschlüssel ein individuelles Profil dir aufzeigen lassen kannst, kannst du sehen, wo deine spezifischen Ego-Illusionen sind und wie du diese Schatten vor allem durch die Methode der Kontemplation und der Pause transformieren kannst. Und warum ich hier erneut wieder die Genschlüssel erwähne, ich weiß, das mache ich in den letzten paar Folgen ein paar Mal, aber es ist, weil ich wirklich merke, wie wertvoll dieses System ist, wie wertvoll diese Methode, diese Herangehensweise ist, um dich innerlich zu klären, dein Ego abzulegen, höhere Frequenzen aufzusuchen und zu verstehen, dass du in Wahrheit diese höheren Frequenzen bist, ist für mich unglaublich wertvoll. und vielleicht ja auch für dich, vielleicht motiviere ich dich mal auf der Webseite von den Genschlüsseln unter www.genekeys.com also www.genekeys.com aber du findest auch alles, was ich in dieser Folge erwähne auf meiner Webseite unter www.happycullove.de slash podcast unter der aktuellen Folge der Folge 243 also warum ich die Genschlüssel hier überhaupt erwähne jetzt schließt sich nämlich so ein bisschen der Kreis ist weil derzeit die Frequenz der Vergebung auch in den Genschlüsseln aktiv ist und zwar geht dieser Genschlüssel weil der besteht ja aus drei verschiedenen Frequenzen von der Ego-Frequenz der Intoleranz spannend ne wann beginnt unsere Intoleranz wann hört unsere Liebe auf sozusagen und wann fangen wir wieder an in unseren Beziehungen zu urteilen also der vierte Genschlüssel der ist gerade aktiv und der geht von der Intoleranz zu einer Gabe von Verständnis zu der höchsten Frequenz der Vergebung und da jeder Genschlüssel einen Programmierpartner hat die Wirkung dieser Frequenzen wird mit in dieser Interaktion mit dem Programmierpartner so voll entfaltet und es ist der Genschlüssel 49 der in der höchsten Frequenz die Wiedergeburt trägt und deshalb habe ich angefangen diese zwei Begriffe Vergebung und Wiedergeburt nachhalten zu lassen weil ich weiß dass die beiden Begriffe eine besondere Verbindung haben weil wenn wir diese beiden Wort Vergebung und Wiedergeburt so uns mal durch den Sinn gehen lassen dann wird so ganz es wird so ganz klar wie unsere Wiedergeburt passiert zumindest mir ich hoffe dir auch wir werden immer wieder von neuem geboren eine höhere Version von uns findet Platz in in unserem Lern wenn wir vergeben der Kurs schreibt deine Auferstehung ist dein Wiedererwachen ich hier spricht Jesus mit uns ich bin das Vorbild der Wiedergeburt aber die Wiedergeburt selbst ist nur das heraufdämmern dessen in deinem Geist was bereits in ihm liegt wir werden also in jedem Moment neu geboren wiedergeboren indem wir anderen Geistes darüber werden was wir in Wahrheit sind und dass der Tod eine Erfindung des Ego ist denn das was wir in Wahrheit sind ist wahres Leben und wenn wir zu dieser Wahrheit immer wieder aufwachen werden wir wiedergeboren in jedem Moment wo wir die Wahrheit wählen anstelle der Illusion und vielleicht ganz vielleicht habe ich dich ja auch dazu motiviert so ein bisschen diese zwei Worte Vergebung und Wiedergeburt hochzuhalten in dieser Woche wo du durch die Welt gehst und weißt okay ich könnte Intoleranz fehlen ich könnte Nichtvergebung fehlen aber ich fehle anders weil ich will wiedergeboren werden und die Vergebung bietet mir genau das wiedergeboren zu werden zu meiner Wahrheit zu meinem Licht zu der Macht die ich in Wirklichkeit bin ich glaube das war es für heute ich lasse das mal nachhallen ich hoffe du auch und wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast passt bis dahin bitte gut auf dich auf deine Peri ooo 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 feels like one of those nights